Ganz herzlichen Dank Frau Robertson von Brotha für diese sehr freundliche Einführung, auch für die persönlichen Erinnerungen an die Kennedy-Zeit. Auch ich bin sehr froh, dass hier alle Generationen, die Kennedy zum Teil noch schon fast als Erwachsene erlebt haben, bis hin zu denen, wie das graue Vorgeschichte ist, hier anwesend sind. Auch bei mir selbst war es so, als ganz kleines Kind ist die Ermordung Kennedys in etwa eine meiner ersten Erinnerungen. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......